Ja, willkommen zu einem Wildscan-Part von Let's Play Super Paper Mario. Ja. Da wären wir wieder. Am Ort des Geschehens. So. Ich gehe auf Luigi. Ist auch. Wir müssen eine sogenannte... ...Tabu-Frucht finden. Da habe ich keine Ahnung mehr, wo die war. Jedenfalls nicht. Und ich sollte euch da öfters mal Zibi benutzen. Ich habe das Gefühl, dass Zibi uns den Ort zeigt. Ich muss gerne anwerfen. Eisenordnung. Mario. Mal auf die Plattform. Ich habe schon mal Zibi langsam an. Da war es mal an. der rote apfel kurz weg ich habe es rüber ja wir haben es über geschafft weiter du hast dich an akito stürmen und jahre da geht er mal hin was werfen wir weg verpässt ich ja wir haben auf seite bis das loswerden wenn ich da buch musste finden und ist da zufälligerweise Wäre sau dumm, dass wir die noch haben. Geht's noch höher für uns? Oh Gott. Seht ihr irgendwas? Ich seh nichts. Flitztor, komm mal bitte zu Hilfe. Ich brauch dich mal. Was ist da? Hier ist doch was. Los geht's, Knüppel. Großer Apfel. Du Ei machst weg. Zusammen hier einfach mal ein. Ich meine, es kann nicht so falsch sein, die einzusammeln, oder? Oh. Tür. Danke für die KP wieder. Das bin ich wieder voll, wenigstens. Oh nein. Was war das jetzt? Mario? Schauen wir uns mal. Es war eine Falle. Warte mal. Ich will was ausprobieren. Reiji, komm doch mal mit rein. Wir haben doch fast noch nicht geguckt. Aber was oben ist. Ich bin natürlich stolz. Ist da was? Nee. Hätte ja sein können, wenn ich da oben was war. Da geht's weiter hoch. Ich fühle mich aber jetzt aktuell nicht. Ich geh mal in das Welt, Mario. Ich glaub, da müssen wir weiter. Yep. Ich geh mal. Da ist ich da, wo frucht. Na und da. Ach, nee. Oder? Luigi? Ich muss mich nochmal nach oben bringen. Kannst du mal so zu hoch? Ich riskier's lieber nicht. Wenigstens wissen wir erstmal, wo die Tabufrucht sich wahrscheinlich versteckt. So, Mario. Weil deines Abends. Was ist das? Ich fühle mich verarscht. So, ich bin ready. Fire. Ich hab's gar nicht verarscht gefühlt. Weil ich verstehe immer noch nicht, warum das bei dem 3D immer funktioniert. Ach komm, interessiert mich durch so einen Dreck jetzt immer, was mit dem Ding ist. Ich hab mich ja fast vergessen, als ich ja eigentlich schon vor Waffen haben gesagt hab, dass das mich eigentlich schon immer kratzt. Der schwarze ist es. Das ist die Tabufrucht. Woher weißt du das? Äh, 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 Paper. Deswegen weiß ich das White Paper, das, glaube ich, mal so ein Video gezeigt hat, dass es die schwarze ist. Das heißt, dass ich euch weiß, eins weggeworfen habe, bin ich dumm. Nein, 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 nein. Ich muss one time. Wo ist denn nochmal? Ich muss aber noch eine Etage runter. Ich wusste es dir, aber ich habe das Gefühl, wenn es da oben wäre, dann hätte ich die Peach wäre. Ich hätte mich dann so verarscht gefühlt und er gebt mir keine so auf den Sack, ey. Der soll es mal lassen. So Peach, werde ich jetzt retten. Oh, mein Mann ist gleich mal richtig bösartig. It's Bowser time. Es ist die schwarze. Und was ist mit dieser Bitte? Lass diese Frucht sein. Ah. Es ist dann, als ob sie aufwachen würde. Ah, bäh. Eglisch. Ich wusste es doch. Seid ihr in Ordnung? Was war das denn? Was habt ihr mir da zu essen gegeben? Ähm, 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 Dreck. Das hat funktioniert. Yo, Präzis Peach, ihr seid wach. Luigi, du bist gesund und munter? Ah, hey. Dein besorgter Ehemann ist jetzt grünen, Präzessin. Was sind wir? Wie bin ich hierher gekommen? Ich erinnere mich an nichts. Wir sind oben droben, Präzessin. Dimensiones Angriff hat euch hierher gebracht. Du bist der Wacht? Ich bin Libidi. Du wurdest da oben drum. Nehme ich euch. Reiste mit mir. Ist das so? Nun freu mich, dich kennenzulernen, Libidi. Wir sind weiter und nicht grünen. Hast du das verstanden, Theoretikinzessin? Äh, ja. Ich hoffe, ich habe nichts beleidigendes gesagt. Sie ist immer so. Hast keine Sorgen. Ich muss euch so viel Mühe und so viele Probleme bereitet haben. Nein, überhaupt nicht. Es tut mir so leid, aber ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Ich werde mein Bestes geben, wenn wir die verlorene Zeit wieder aufholen. Auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Zeit. Alles gut. Auf nach oben droben. So. It's time for Mario. Pixel. Let's do this run. Aber ich bleibe ich mir erst mal ab. So, wenn die Blattung wieder hochkommt, dann springen wir rüber. Ich habe bereits Flitzer in der Hand. Also ich halte jetzt die ganze Zeit die 1-Taste gedrückt im Sinne, dass ich hier sofort wieder losbeschleunigen kann. So. Das war doch perfekt. Hier geht es jetzt wieder eine Etage höher. Pixel. Nee, wrong Luigi. Ab hier ist jetzt Peach an der Reihe. Äh, Luigi. Du kannst dich bearschen, oder was? So. Wir kommen nach oben. Oh mein Gott. Wolken. So, wir müssen bis 100 machen. Oh Gott. Was war das jetzt für eine Aktion? Stürb. 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 Sieht scheiße aus. Danke für den Superpilz. Für die tausend Punkte. Ich nehme sowas gerne entgegen. Ja. Ich würde gerne mich in diesem Aufnahmesession, wenn ich nämlich die Story abschließen. Das ist sozusagen mein Ziel für die Session. Sieben Parts. Alles in der Storyband. Au. Big Saw. Okay. Tschüss. Bowser, schaffst du das? Okay, das war sehr dumm. Iceabix. Bates. Bates. Iceland mix können wir gebrauchen. Warte mal. Was ist denn, wenn ich eigentlich diese dumen Äpfel fresse? 5 K stapelöcke. Okay, das geht dann in Ordnung. Und zwar 3 2 1 1. Dann auch noch. Und nicht auch da erography. Wahnsinn. Ich glaube, ich bin 60. wir kommen mit überkleiden die plattform auf ihrem weg nach oben da 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 und wie ich gerade so genau sind ich sehe scheint ja nur aufzunehmen sagte ich dass das ding aufnehmen ich könnte kotzen verdammte scheiße was was soll der dreck ich brauche wieder stereo ihr wollt mich der johannes bodo der ok so scheiße was schön die fresse wollte jetzt sie noch war es ist auch wenn es die sequels geht dort gestern jetzt rauch näher uns im ziel da ist doch was ich will ich es doch die plattform mario kraftig zählen jetzt kommt wieder die musik genießen und warten bis das ding kommt weil ich habe kein bock zu warten ich so früh wie nur möglich wenn ihr es cool wenn ihr hier warten müssen bis ihr weiterkommt oder nichts sagt ihr auch ja die pause tut mir auch mal ganz gut kann ich auch mal kontroll zeit legen oder so schreibt mir mal eure meinung in die kommentare wäre interessant ihr seid so lieb zu mir ich weiß nicht was ich sagen soll ihr gebt mir items die besten ich kriegen kann vielen dank für den lebensbild kommt da oben ist doch was okay du brauchst eine mit dem hammer auf die schnauze so nichts eine röhre ok ich glaube es wird auch was macht die name ist cyrus oh gott das ist galaktiv was sie raus in wolkenform ich höre nicht auf der schnee du hast genug durch keinen platin gebracht ach stimmt das ist nicht platin das ist über dem mario stimmt hier war die parallel wogemann und mario vertauscht ich habe große drei große ich will eigentlich sagen die größte wolke sein jemand hat mir von diesem mann erzählt der wächst wenn er ein pilz ist das würde ich auch keine köln findest du sein großmacher wie ein primär wachse ich wenn ich das esse cool dann probiere ich gleich mal geschafft englisch groß das will ich super zu rosen zeit als gerne weil ich bin lebhaft spring auf habe ich jetzt nur glück gehabt aber ist wieder kapitel 4 hallo kapitel 4 ich soll es mal wieder mal kapitel sprung von kapitel 4 auf kapitel 7 ja wie bin ich das zu witzig haben wir kapitel sprünge machen hama maße danke für den tipp es war aber gegen ende wir sind schon bei der 80 angekommen oh gott wir sind also weit oben ich denke das soll für diesen part das letzte sein dass ich mich bis zur spitze durchboxen muss was da drüben ist es ja meine freste wir haben es geschafft so peach festheit und abflug mit peach speed halt 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 nein ich freue mich schon auf die schatzkarte ich glaube hier war mein schatz versteckt aber das hat das weiß ich von marcel weiß ich das davon habe ich gehört es doch was ist zombiepilzkarte egal kapitel ende los damit werde ich auch den part wenn ihr wollt können natürlich wieder einen kommentar eine wertung da lassen und wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin emerald control bothering Pain Komm komm